Ich flankier den jetzt. Er guckt nur in das Fenster, alles klar. Er rennt weiter nach Norden. Und einer in der kleinen blauen Hütte vorne. Noch drei. Ja, dahinter ist auch einer. Ah, das war dumm. Warum schieße ich? Ist einer weg? Noch einer ausgenockt? Ich hab noch zwei Bandage. Der hebt den jetzt auch wahrscheinlich. Nee, der ist rein. Die Hütte ist ein kleiner. Ja. Der hebt den wahrscheinlich auf. Ich hab keine Nails mehr. Ich auch nicht. Alle da? Nee, 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 nee. Meiner ist mal ausgeblutet. Ach, du hast den denn natürlich gekillt gerade? Nee. Anscheinend nicht. Der ist rechts hinter der Tür. Ja, ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh nicht. Was? Was? Puh. Ist jetzt gut, bitte. Ist halt echt so, ne? Ich will mich mal irgendwie heilen und alles, alter. Hab halt auch nichts an Waffen. Die haben auch keine Fimpermonie. Das sind vierfach mehr, als ich brauche. Ich auch. Ich würde eins nehmen. Wie? Alter. Das ist auch mal gut, langsam. Das war es auch nicht mehr. Haben wir uns ausgetobt, also. Das kann man nicht, ja, nichts anderes behaupten. Jeder war mal genockt von uns. Jeder hat was gekillt. Boah, ich hab fünf Kills. What? Sechs. Nein. Ja, schade, Benni. Ja, ich war doch die ganze Zeit genockt hier. Ich hab nen Crossbow Headshot bekommen. Voll demütigend. Also vierfach kann ich wegwerfen, ja? Ja, Sky hat meins hoffentlich kommen. Haben wir wenigstens die Zone oder nicht mal die Zone? Ja, die alles verschossen haben. Ja, hier ist halt auch alles gelootet. Schade. Naja, das ist... Mensch, ein Kacke jetzt... Scheune wird auch gelootet sein, nehme ich an. Der hatte doch eine UMP, muss ich halt die UMP spielen. Die hab ich mir genommen. Nein, der andere hier. Ich scheune ungelootet. Die Häuser gelootet, aber scheune nicht. Ja, wenn ihr doch so viele Leichen habt... Hier ist 9-4. Und der Scheune ist 9-4. Ich leg dir ein X-Q dazu. Ein bisschen Muni. Ich hab aber auch nicht allzu viel. In der kleinen Abstellkammer. Ich hab auch keine Rüstung, Mann. Beutel. Ich hab noch keinen Helm. Hier ist ein Zweier-Rucksack in dem Raum. Kein Helm ist auch fast. Und nochmal 30 Schuss. Und der kleine Abstellkammer hinter dir ist dann die M4. Der restlichen Muni. Oh, nimm ich's. Oben liegt meine angeknackste Zweier-Weste, Benni. Die hatten aber noch... Ja, ist besser als meine 1er-Reste. Naja, nimm die. Da lass Richtung Osten looten, gucken, ob wir das Auto finden. So, ne Bombing-Show. Ja. Ja, 2-2 könnte ich abgeben, wenn ihr gar nichts habt an Energy. Ich hab 3-4. 3-1. Ich hätt gern ein Red-Bot. Ich hab noch 8er-4er-Score. Ich hab noch 8er-4er-Score. Ich hab jetzt genug Fünfer, dass ich auch was abgeben könnte. Ja, ich hab 50 zum Nachladen. Ich hab 60 zum Nachladen. Jetzt musst du deine Aussage, ob genug hast, noch mal was denken. Ich könnte 100 abgeben. Ja, Boss-Sky. Äh... Energy-Sky. Ist das ungewohnt, wenn Sky einer Miners sagt? Bitte? Weiß nicht. Kathi meinte, es ist ungewohnt, wenn du Miners sagst. Guck mal, du Heck. Sky hat... Erstes Wort war Miners. Als Hallenser, das... Guck mal. Ist gar nicht getriggert, weil ich ihn als Hallenser bezimpfe. Hier liegt noch ein M4. Merseburg ist ja Kreishalle. Dieser M4 mit 30 Schuss. Gibt dir sich keiner? Also, ich hab schon eine. Ich hab... Ja, gerne. Hä? Was hat... Lag da nicht eine M4, die ich dir angesagt hab, in der Scheune? Ja, aber wenn doch die andere da keiner will, nämlich noch mal. Achso. Boah, ich mit deinem 16 schießen auf den Fernkampf. Ich hab UMP für den Nachkampf. Äh, obendrin... Irgendwas weiß ich. Buggy steht vorne an der Straße. Hm, das reicht nicht. Kannst du mal den Buggy nehmen und mal weitergucken, ob du es findest. Oh, ein Holographic liegt an dem Dank. Oh, steht auch noch ein Dacia da hinten. Sehr gut. Oh, ein Dacia hat ihn lange nicht mehr vor. Hat nur die grüne mal. Scheeps. Das ist geil, looted aber lieber, statt ihn zu holen. Aufhinein Zeit haben wir jetzt nicht mehr, oder? Hier ist noch ein Dreier-Rucksack. Och, ein Zweier-Helm. Nice. Fast wieder liegen gelassen, ey. Ja, ich würde auch gerne noch looten. Hab halt auch noch drei Bankagen. Den Energy würde ich schon gerne noch. Äh, also bevor Sky Mama oder Papa, oder? Genau, richtig. Ah, die sind Feinde. Ach, das bist du. Ach so. Hi. Was bin ich? Ich dachte, du rennst zum Dacia. Ja, mach ich gleich. Heile kurz voll. Ich hole den Dacia. Hab aber gehofft, hier noch Bandagen zu finden. Kannst du es hingeben? Ja, im Dacia. Du kommst hier nämlich nicht raus. Ja, da musst du halt den Kuhl reichen. Ja, grad kommt die Färsche weg. Ja, haust du. Ja, jetzt kommt halt auch schon die nächste Zone. Ja. Ja, ich würde dann erstmal fahren. Ich bin ich... Ich bin an dem First IT fahr dann. Habt ihr in der SR? Ja, nö. Oh, was hast du denn da? Das sei ja wieder weg, na. Esel ist schön bei dir. 2 344 wir brauchen dann weiter sofort ausrechnet wer was abgeben muss und zwar das gleiche um oh ja 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 Was ist los mit euch? Alles safe? Ich dachte, du lachst ja gerade und meinten, man da ist nicht. Aber hier geht es ja auch die ganze Zeit nach. Warum eigentlich? Es war alles Flachland. Ich weiß nicht. In den Sky kann ich immer voll aufs Land sehen. Finde ich schön, dass ihr euch auch Helden, Zweierhelden stehen habt. Herrgott, die will auch, dass ich immer neue Bandagen nehme. Oh, oh. Ach du, wir müssen ja mehr sein. Was waren hier? Die scheuen sich um deine Augen, schade. Ich glaube, Herrgott, die wollte hier gar nicht anhalten. Nein. Vielleicht ist die eine Tür aber auch noch weggebrochen worden. Das hat er gerade verlegt. Nee, war schon offen. Ja, aber auch noch die eine Tür. Ja, also, offen. Also, ich weiß nicht, ob die Tür weg war oder nicht. Aber das war auf jeden Fall nicht nur bei dir. Das ist richtig. Wenn man nicht nur weg ist, weil die anderen waren zu. Ja, stimmt. Ich muss gar nicht mehr bin ich. Ich muss einfach hier im Wald bleiben. Ich hab jetzt nicht so keinen Wald gehabt. Ja. Was? Können also Leute sein. Hier ist auch offen. Okay, der ist auch gelootet. Alles offen oder so, weiß nicht, welche Wahnsinnigen alles offen lassen würden und hier campen. Schade, also kein Loot für uns. Was brauchst du denn noch? Ja, klar. Was brauchst du denn noch an Loot, Benni? Brauchst du sowas? Nee, hab ich dir schon gegeben. Ganz stark und halt vorne. Dort hätt ich eigentlich auch noch gerne. Hier vorne kann ich dir auch noch was geben. Cool. Ja, ich hab halt nur 3-2-2, das ist so optimal. 8 Bandagen, 3 Smokes. 3-2-2, dann kann ich dir noch jeweils eins abgeben, dann haben wir aber noch 3-3-3 beide. Ich hab grad nen Penkeler genommen. Ja, krass. Du hast jetzt mehr als ich, weil ich muss auch noch nen Penkeler nehmen. Ne, ich hab ja jetzt 2-3. Wieso haben wir dann gleich diese? Ja. Alles gut. Aber nen Rettlot haben wir nicht übrig. Ne. Höchstens wenn ich das vierfach auf meine OMP mache. Dann kannst du auch die Pistole ausziehen mit dem Loot. Ne, ne, den brauch ich vielleicht noch. Hinten beim Compound auf Norden 50 wird stark geschossen, Nordosten. Und mit der Munition werde ich keine dummen Dueller eingehen. Ja, ich hab auch schon gedrückt gehabt. Was ihr immer meine Dropmarker wegmachen müsst? Wollt, wie auch immer. Wollt euch lieber zu wissen, dass da ein Drop liegt? Oh boy. Oben liegt auch noch nen Stock. Hä, ich wollt grad sagen, das war auch gar kein Stock. Das war überhaupt nicht neu. Nö, ich weiß, das war nen Griff. Ja. Geil. Wo hab ich jetzt noch nen Kompensator oder so? Nicht nur einer. Menos. Menos. Hehe. Da gab's wieder nen Car Headshot. Oh, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Ja, die Uhr im Pillen schieß ich. Oh, der hat richtig oft geblutet. Mit der Uhr im Pillen hat er wohl noch 75% Leben. Nö, nö, nö. Da kommt bestimmt Headshot dabei. Da wird er direkt verscheucht. Ja, ich wollte nicht, dass du hier rankommst, das ist richtig. Ich schon. Äh, hast du nen X-Q für die Umkehr? Ne. Ne. Habe ich zufällig noch einstecken. Cool. Achso, ich dachte du brauchst eins lang. Ja, hi, das bin ich. Wir haben übrigens nen Flash-Hider drüben gefunden. Sick. 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 Und die Brüder jetzt Wut haben. Nö, die haben Angst. Respekt schneller bekommen. Gut. Ja, eigentlich haben wir die perfekte Zone. Aber guck mal wie schön mittig der Kreis ist, wenn das doch nur immer so wäre. Wäre ja zu predictable. Ja, aber dann haben alle am Rand immer die gleiche Chance. Guck mal jemand eine... Nichts. Hä? Das habe ich jetzt nicht ver... Achso, weil der mittig von dem blauen ist. Ich sag gerade bei dir, mit ich sag. Flop. Flop. Das ist so. Das ist kreis, wa? Flop. Flop. Ich habe jetzt nicht schon wieder Schurky reingedrückt. Oh ja. Ich hab eigentlich gar keinen Bock hier raus zu gucken. Ich bin super schnell da, wenn ich ausgenommen werde. Oh, da kommt was auf 25 schon hinter dem Compound hier neben uns. Okay. Dreierhelm. Also, hinter unserem Compound? Neben unserem Compound halt. Oder zu dem anderen? Der nimmt den Landebahn hier. Ja, vorne an der Tür war er gerade. Bei Rot. Ich glaub die chillen da jetzt drin. Oder er. Weiß ja nicht wie viel du gesehen hast. Nur den einen gesehen. Und dann verkämmt der sich jetzt da. Und hier hinten bei der Schlucht. Was? Hinten bei was? Bei dem Krater. Bei diesen... zwei Dingen. Achso, ich glaub du machst grad ne neue Ansage, während das hier so kam. Tja, dann muss ja alles vom Wald raus. Naja, außer aus den Häusern, ja. Wald muss raus. Dann werde ich auch eher in die Richtung gucken mit Sky. Guckst du vom Balkon oder von dem Raum? Ich hab grad nen Dacia gefahren da oben. Nacht, Katika, geil. Na? Ja, unser Freund hat wohl Besuch. Ja. Wird fleißig grenadiert. Schade von meiner Seite. Sieht man da alles gar nicht. Puh. Puh. Der DP war dein, wer in der Hedges wird halt nice. Sicker Spieler. Liegt bestimmt wieder irgendwo am Boden. Der Roman Ukra. Ukraine? Bestimmt. Jurogray. Was ist denn los, Benni? Oh. Ich wurde gehittet. Was aus Nordwesten? Aus Nordosten, aus dem Compound wurde ich gehittet, glaub ich. Ah. Ja. Ja, beim Drop oder so auf Nordosten hat auch was geblutet. Oh, da ist einer. Zweit. Oh. Drop hat zwei Hits. Wo ist der, Benni? Weißt du das? Ja, im zweiten Haus. Unter dem ersten Fenster. Der hat nen ganz schmalen Henkel zu uns. Ich krieg direkt wieder Headshot. Ja, ich hab auch Headshot bekommen. Halb 2, ja. Oh, da steht er. Jetzt kommt er raus. Okay, wahrscheinlich ist der Matt grad helfen da. Ist jetzt hinter der Fuck-Poete. Geht wieder rein ins Haus. Wir sind grad noch so safe, hm? Ja, hm. Jo. Was? Na, kommt doch Spacken, guck zu mir. Bald kommt auch ne, ja, ne? Ja. Jetzt geht er wieder raus. Wieder hinter die Fuck-Poete. Zwei, drei Mann sind da. Zwei am Hit. Oh, der war direkt da. Hä? Dann wurden seine Mate wahrscheinlich grad getötet, hm? Das ist schön. Ach, es waren drei. Also, kann nicht sein, dass da nur einer direkt stirbt. Dann haben die vom Drop wahrscheinlich die beschossen. Da muss also noch was da sein, denke ich. Ja. Äh, ja, ich muss auf jeden Fall raus aus meiner Ecke, oder? Ne. Ich wusste jetzt. Und guck mal Richtung Wald, was da so abgeht. War bestimmt irgendwo schon was außen an unserem Compound an der Mauer, oder so. Die gehen jetzt von dem Haus weiter nach rechts. Ins erste Haus rein von dem Compound. War aber nur zwei Mann, zwei Mann. Da wird dann Drop geschossen mit den, von den zwei Häusern. Ja, und im Wald noch was. Haben wir doch alle drei Teams. Ja. Die haben gewonnen aus dem Haus. Da hat einer zwei Hits. Hat nochmal einen Hit bekommen. Toll. Ich sehe da einen rumbacken. Hä, was ist das schon wieder? Er läuft da rum, als ob er unbesiegbar wäre. So, da blinkt so, weißt du. Wie er so was anderen spielen kennt, wenn man gerade erst gespawnt ist. What the hell, Alter. Ja, wir müssen alle raus. Wollen wir uns schon mal günstig platzieren? Na ja, gibt's glaube ich nicht, oder? Ist alles mega offen. Oder vielleicht noch einen Baum im Wald, oder so? Ja, wir drei. Da mindestens zwei im Haus. Und dann irgendwo noch was. Leiche? Hoffentlich zumindest. Wie soll da jetzt noch eine Leiche sein? Na, hier vorne im Waldrand ist eine Leiche. Also eures Smoke? Oh nein. Rootbox. Wie, die haben wir dann in unsere Richtung hier gesmoged? Naja, die wissen ja, dass wir hier sind. Was hat er denn auf dich geschossen? Wir schießen aus dem Nord-Ost dahin. What the fuck, bei Hitte, Head Headshot. Okay, und noch... Weiter links, wer mit noch gefällt. Das ist jetzt doof, Skull. Das ist jetzt echt doof. Das ist jetzt echt doof. Das ist jetzt echt doof. Was soll dann auf? Warum schießt jetzt noch ein anderer auf? Oder schon mal. Ich bringe da jetzt Meetschild zu uns hier. Endlich hat die Smog mal funktioniert. Während du beschossen wurdest, habe ich den auch beschossen, Benny. Also ich habe dich nicht als Bait benutzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.